Du musst mit jemandem lernen, klar? Du musst mir dein Engel aufhaben, natürlich! Du musst mit den Nachtsag ins Kino gehen, denn ich verschränke dich! Du musst mit den Heimatlacken gehen, haben wir lange schnell gemacht! Du musst mit mir zum Fußball gehen, aber immer noch! Du musst mit den Drachen gehen, gerne! Du musst mit den Drachen gehen, gerne! Du musst mit den Drachen streiten, okay? Du musst mit den Drachen gehen, ja? Du musst mit den Drachen gehen, ja? Du musst! Dann braucht man den Drachen aufpassen! In Ordnung! Du musst! Ich mache verschiedene Ausformen! Du musst! Übel! Du musst! Dann werden wir jetzt mal wieder zum Festschlein brauchen! Oh! Du musst! Du musst! Du musst! Du musst! Du bist! Du bist! Du bist! Ich muss nicht los! Ich muss nicht aufhören, meine eigenen Probleme zu machen! Ich muss nicht weg! Weit weg! Was war denn da los? Ich war hier für einen Monat in Hongkong. Und es war so schön. Es war so toll einfach mal alle Probleme hinter mir dran. Verstehst du, was ich meine? Einfach dieses Gefühl, alles loslassen zu können. Nicht selbst zu sein. In einer Folge auf anderen Welten zu leben. Ich möchte in die USA den amerikanischen Lifestyle kennenlernen. Yeah! Und die Offenheitlichkeit und wärme der Mensch zu spüren. Und auf eine amerikanische Highschool gehen. Ich möchte nach Marilia, weil ich Musik kennenlernen möchte. Und mich die Kultur fasziniert. Und neben der Menschen. Und wenn mich alles dort hinzieht. Hallo! Ich möchte nach Marius. Um das Land zu reisen, dass du mein Vater geboren würdest. Und du wirst uns auch gerade so sein, wenn du das nicht hörst. Ich möchte nach Marius. Ich möchte nach Marius. Ich komme jetzt zu leben hier. Ich bin hier raus. Einmal an das andere Ende der Welt. Reinen hier raus. Und gegen Marius. Und in Australien. Ich möchte nach Australien. Und auch an anderen Ländern mehr. Dort. Wo Neboma? Aber Australien ist doch klar. Ich möchte unbedingt weiter spielen, einfach meine Stadt anbucken und shoppen gehen, Kreuzendorf, Wegeheimnis und Norwegen, ich möchte nach Norwegen, weil es dort so schön sein soll. Ich muss weg von dem Lärm, von dem Krach. Schweden, ich möchte unbedingt nach Schweden, das nicht in Europa, ich möchte unbedingt Schweden sterben und ich liebe auch diese Art der Menschen, das Ruhige und Gelassene und diese Mode zu langen Blusen und einfach das ganze Leben dort. Ich möchte nach Kauern sagen, einfach weil die Menschen, die sind ja so ganz natürlich und nicht so, weil ja, man kann ja nicht so weit, außerdem, wenn ich so lange schaue. Ich möchte nach Turm gegießen, ich möchte heute noch mal, dass ich mit dem Lärm ist und einfach mal, dass ich so schaue, dass ich so gut bin. Aber das war nie so klar! Julian Bartor, die Hauptstadt der Volkskommission auf Karlsruhe. Momboleih! Julian Bartor, die Hauptstadt der Volkskommission auf Karlsruhe. Ein Staat mit Menschenvorlaufen. Georgia, in den Ulf Aach! Ich vermisse meine Freunde und meine Schule. Und George, kann ich mich wirklich zuhause fühlen? Australien, einmal meine alte Heimatführer sehen. Das alte Haus, den großen Laden und meine Familie. Nee, nee, das ist doch alles Quatsch. Zuhause ist das schon. Deswegen will ich uns leider nicht gut. Denn doch schon nicht her. Dort will ich hin. Dort werde ich auch reisen. Man muss nicht in die Welt reisen. Denn in den Posten, da gibt es ganz viel hier auf Einbau. Auf dem Spolen, Griechen, Himmel, Pivoten, Payer der Volkskommission auf Karlsruhe. Auf dem Spolen. Auf dem Spolen, da kommen wir heute vor. Und er kommt weiter. Ein Ansatz steht nach Anerkennung, Einfluss, Ruhm und Macht. Die Frage ist, ob sich das wirklich glücklich macht. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020